Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hellpye. Wir haben hier aufgehört, nachdem wir hier die Jungs hier Platz gemacht haben und dann später hier gestorben sind. Und wir gehen jetzt nochmal weiter. Ich muss jetzt mal ein bisschen rauszoomen. Autsch. Oh, eine Sache. Ist mir jetzt gerade noch vor dem Dreh noch aufgefallen. Was ich mir gerne kaufen möchte, ist dieses verbesserte Wandklettern, dass man hier raufkommt. Das wäre sicherlich noch praktisch. Das ist doch die coole Zeichnung da von ihm. Okay. Warten wir mal, bis wir wieder oben sind. Na, komm. Weiter. Oh, nice. Äh, ne Bombe. Was brauchen wir mal, ne Bombe? Okay. Also, für der unten. Oh, und der schießt auch noch. Nix da. Safe Point. Nice. Okay, ich brauche ein Herzchen. No. Da haben sie einen umgebracht. Die Rache ist mein. Das ist ein Massaker. Man kann so graus- und unbarmherzig sein. Ach, wenn du wüsstest, wie die Nazis so drauf gewesen sind. Kann ich die Bombe da gegen Desta schmeißen? Geht das? Ich kann. Aber brauche ich sie? Ja, ich brauche die Bombe da vorne. Nice. Hm, hier hat es nichts Interessantes. Aber hier. Nice. Ich wette, wir können den Schalter benutzen, um das Tor zu öffnen. Ja, wie kommst du da drauf? Okay. Tolle Herzen. Au. Das sieht nach Boss-Battle aus. Gondach. Ja, Boss-Battle. Oh. XXL-Kackwurst. Okay. Oh, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, scheiße. Nice. Okay. Wie oft muss ich nie treffen? nein ja geil zu das gesammelt mein gott sashimi buch tampon würde zentakel pinkes pulver okay dann haben wir jetzt alles ich werde gerade fertig gemacht aber wir mussten doch noch einen befreien oder nicht okay schade ich hoffe da kommt noch der vierte naja es scheint zumindest noch weiter zu gehen dass meine gott direkt rausgehen was nein jetzt hat er das schon wieder nicht gemacht man nervig wo 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 zurück 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 Okay, hier wird es platt gemacht. Ich glaube, komm. Mach jetzt. Mach den Angriff. Mann, Spiel. Secret. Ja, nicht mit Secret. Weißt du, was ich meine? Nice. Ein Schaf. Geheiligt werde die Scheiße. Oh, Mann. Aber schön, da die Geschichte in der Hinsicht ein bisschen zu verarschen. Nice. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Habe ich jetzt da die Raketen irgendwie abgetauscht? Oder wie? So, wir springen da einmal drüber. Ich hätte gerne das Herz. Nein. Okay. Äh, nächste Move. Okay, das ist ja easy. Da ist zu. Da gehen wir natürlich rein. Und so einfach, wie das da zu holen ist. Hast du noch irgendwas Spezielles hier hinten? Geht's da weiter? Hm, wir werden jetzt erstmal mit ihm da quatschen. Kommt nach. Was ist der Kacke? Nein. Das ist seltsam. Das habe ich auch einmal versucht. Was ist ein Nugget? Fällt aber nicht wirklich gut. Hier. Ihr öffnet Käfige. Befreit die Kinder. Ihr müsst Freunde der Mampfer sein. Findet sie alle. Befreit sie. Und ihr erhaltet ein großzügiges Geschenk. Ist der Kacke. Das ist seltsam. Ah, Mann ey. Echt eklig. Ah, lol. Oh mein Gott, ey. Das ist so eklig. Autsch. Hm. Wir müssen sie alle finden, irgendwie. Ja, da komme ich doch mit dem so hier niemals rüber. Okay. Einmal rüberschwingen. Na, komm. Auf mit dir. Okay. Moin. Was, nein? Ah, jetzt war das wieder... Spiel. So. Nochmal. So. Nein, nein. Na, super. Mann. Na, komm. Oh, ja, schon schwieriger, das kommt. Okay. Und jetzt, bitte, macht es, dass ich mich anhängen kann. Super, danke. Okay, da geht's wieder raus. Also, wir haben definitiv einen übersehen. Ja, gut. Ja, gut. Ist, wie es ist. Aber rein rezepttechnisch haben wir, glaube ich, jetzt alles. Oh. Eingehender Anruf. Gut gemacht. Du hast genug Zutaten gesammelt, um weitere Welt freizuschalten. Ja, weiter erkunden erst mal. Ähm. Schauen wir mal. Wo ist dieses Kochbuch? Ach, da. Okay, da haben wir alles. Sinn-Ink. Da haben wir gestartet. Sashimi gebucht. Ne, ich brauch da noch mehr. Graues Ei, frisches Ei, verdormenes Ei. Ah, wo kriegen wir denn die anderen zwei Sachen? Da oben, das ist alles abgehakt. Sashimi bucht. Hm. Oh, das ist extra. Ah, und jetzt kommen wir hier wieder rauf. Okay. Hm. Ja, ich will da sonst nicht nochmal durchgehen und den anderen finden. Ich glaube, wir gehen erst mal weiter. Wo ist denn der Teleporter? Guten Tag. Schau, jetzt greift das schon wieder nicht an. Ich hab mich eigentlich einfach sterben lassen. Das geht schon mal zum schnellsten. Oh, aber da hinten, glaube ich. War noch nicht. Hat uns aber auch nicht... Oh, da oben ist... Schäfchen! Neun von elf. Naja, gar nicht mal so schlecht. Oh, tschüss. Gott, da hinten müsste, glaube ich, so einer sein. Ja. Okay, ähm... Wir gehen mal wieder zum Lift. Wir gehen mal in die Zentrale. Ciao. Ich will dir raten, dass du nicht nachgehst. Dann schauen wir zuerst mal beim Koch vorbei. Dann geben wir mal die Sachen. Sofern wir die gehen können. Und dann würde ich mal Kleider kaufen. Und oben, bei den Todsünden, da kann man irgendwas mit den Katzen machen. Das würde ich mir auch mal ansehen. So, dankeschön. Oh, tschüss. Moin Koch. Zieh an. Endlich mal am Arbeiten, was? Dann zeig mal her, was du so hast. Ich muss zugeben, du bist ein wenig besser, als ich erwartet habe. Deshalb werde ich einen neuen Aufzug für dich freischalten. Er erfüllt dich in ein abstoßendes Restaurant in den Bergen. Der Laden wird lustigerweise von den geliebten Kollegen geführt. Okay. Okay. Okay, es geht die Nummer 4 auf. Kann ich da rein? Ich kann jetzt da rein. Ah, das sind so quasi die Sachen, die ich gefunden habe. Okay, cool. Also, dann erstmal nach oben. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass er zwei Türen aufgemacht hat, indem er uns zweimal langgerufen hat. So. Oh, jetzt können wir ja auch da rein. Moment einmal. Das wäre das da. Oh, okay. Nice. Eins vor sieben hier. Gucken. Moment einmal. War da oben was? Nö. Wir kennen mal dich wieder. So. Kleider kaufen. Mal was Anständiges. Okay. Schauen wir mal. Ich würde ja sehr gerne das hier machen, aber ich glaube, das kann ich auf YouTube nicht bringen. Oh, dieser Fluffball hier. Ist er irgendwie so süß? Oh. Ich glaube, ich gehe mit dem. Und hier da oben. Oh, da gibt es... Oh, what the fuck? Ja, doch. Ja, doch. So ein Fuchsforschnitt. Oh, es kostet 1000. Nein, ich habe zu wenig. Furry. Oh mein Gott. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche den Furry-Skin. Kriegen wir hier noch irgendwie... Ich sehe, dass wir 1000 kriegen. Das müssen wir hinkriegen. Hat sich noch was? Ich will hier 1000 Punkte haben. Wo kann ich noch mehr sammeln? Ja, theoretisch im Supermarkt. Wo kann ich denn da oben hin? So, da die drei noch. Ja, und hier hat sie auch noch. Sehr gut. Oh ja, sehr gut. Nein. Nein, 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 nein. Holy shit. Nein, nein, Mann. Ah, schade. Okay, ich glaube, ich würde sagen, wir machen mal so ein... Da, Supermarkt. Nee. Aber wir schauen mal, ob wir die Katze da stehen können. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwie was Cooleres. Ein Furry-Outfit. Das ist mega geil. So, trotzdem will ich hier alles sammeln. Man weiß ja nie. Das fehlt nur so wenig. Na, komm. Das ist so wenig. Dann 80. Ja, komm. Ja, 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 ja. Na, einer fehlt noch. Okay. Ja, doch. Wir gehen mal schnell in den Supermarkt. Oh mein Gott. Ich will das Furry-Outfit. Ey, Engel. Tu dich mitsingen. Das klingt doof. Wir sind ja nur auf diese total doofe Idee, komm, ey. Haben wir vielleicht alle ein bisschen zu viel geraucht. Ja, nice. Wir haben die 1000. Nice. Komm, wieder retour. Völle Design. Durchgenudelter Fuchs. Na komm, Lift. Mach schneller. Ich muss ein Outfit kaufen. Äh, ihr habt alle. Ah, Gott sei Dank kann man hier das Erdung gekriegt. Du, 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 du. Ey, geh auf. So. Hauptseitig. Ob die Entwickler uns damit was sagen wollen, dass ausgerechnet das Furry-Design hier in der Hölle verfügbar ist. Oh mein Gott, wie geil. Jetzt haben wir da. Ja, haha, das ist geil. Oh Mann. Ne, ich glaub, ich geb auch wirklich Ferries, die da mit sowas unterwegs sind. Okay, also hier hat's das mit den Katzen, ey. Schau mal doch mal. Eee. Grüße, ich bin Gier. Was für ein schönes Glücksgätzchen du da hast. Gib sie mir und du kannst eintreten. Abgeben. Reinspaziert. Und das bringt mir jetzt was? Was ist das hier? Goldene Katzen. So schön. So wertvoll. Bring mehr von ihnen zur Belohnung. Kannst du meine Gemächer erkunden? Okay. Jetzt brauche ich drei oder was? Wenn der drei öffnet sich diese wundervolle Tür. Ja. Komm rein. Ey, was wird denn das? Glücksautomaten. Und hier kann ich gewinnen, oder was? Okay. Achso, das wird 50 kosten. Das kostet null. Ist aber aus. Ah, so kriege ich dann die Dinge. Okay, alles klar. Habe ich noch genügend? Okay, ja, öffnen. Ah, jetzt habe ich nur noch zwei. What the fuck? Hä? Okay. Okay. Keine Ahnung, was das hier noch wird. Okay. Was? Ich finde, das Büro braucht ein Bällebecken. Natürlich, um die Produktivität zu steigern. Ja, das ist klar. Oh, was ist denn das hier? Pizzaraum. Okay. Ja, war ja klar. So, wir haben wieder produktiv. Schauen wir uns mal das neue Restaurant an. Ah, da geht's raus. Oder? Ja. Nein. Nicht drauf. Bin ja mal gespannt, wie sie das wieder designt haben. Moin. Ob das dann eh nicht groß ist, wie die eine Insel hier? Könnte plüssigermaßen auf den Kopier dann machen. Ah, das hat schon einer mit einem Penis gemacht. Oh, schon mal coole Musik. Okay. Ah, was zum... Siehst du etwas, das dir gefällt? Nope. Was mache ich mit dem? Okay. Das ist also das Restaurant. Die Schneckenviecher sind auch wieder da. Die Brücke ist schon wieder kaputt. So ein Zufall aber auch. Ich habe gehört, dass der bekannte, kritische Check für Jose hier ist, um unsere Gerichte zu probieren. Schauen wir mal das hier kurz an. Alles klar. Hm. Da oben gibt es wieder was zu erkunden. Na ja, es geht doch. Man erinnert sich hier ein Schiff. Aber die Definition von wieder kaputt... ...ist fraglich. Na ja. Also was hat es hier gemacht, dass die Brücke so aussieht? Also Brücke sind im schrecklichen Zustand. Ja, allerdings... Oh, was zum Abwehrdrohnen. Was, ich frage mich, ob ich immer seine Brücke überqueren werde. Ähm, ja, doch. Oh, das ist neu. Ja, easy going here. Das Boot will ich jetzt da nicht nach unten. Nice. Und check mine. Vielleicht macht es mal Sinn, dass wir uns kurz die Karte anschauen. Oh, das ist so gemacht. Okay, aber die Hauptressourcen sind alle hier drin. Dann macht man, glaube ich, gleiche Strategie wie vorher. Lass uns erst außenrum so die Sachen anschauen, bevor wir ins Hauptding reingehen. Seht ihr was Geheimnis? Nö. Bist du ein Gegner? Oh ja, da bist du ein Gegner. Alles klar. Und was passiert, wenn ich da reingehe? Ah, okay. Die kommen dann halt alle. Da können wir bestimmt durchbrechen. Moin. Mann, greif doch mal an. Hm. Also hier rüber. Ah, da bist du ein Jumpy-Jumpy. Äh. Ah, und jetzt ist er noch hier offen. Okay. Ja, nee. Wir gehen erst mal da rüber. Oh mein Gott. Nein. Schade. Es war so knapp gewesen. Na, egal. Moin. Ah, nein. Mit dir kann ich reden. Du musst wirklich schnell sein, um das Sicherheitssystem hinter dir zurückzugehen. Geil. Ach so, das läuft dann ab. Okay. Ah, da will ich ja eh noch nicht hin. Erst mal hier Checkpoint. Und dann hier rüber. So. Nein. Jetzt hat das ich. Wieder nicht. Oh, Mann. So, brauchen wir es nochmal. Nein. Wieso machst du das nicht? Das gibt es einfach nicht. Okay. Nein. Ah, Spiel. Wieso machst du das mit mir? Oh, endlich. Sehr gut. Und auf... Oh, da unten hat es wieder was zum Einsammeln. Da gehen wir natürlich als allererstes hin. Okay. Eins vor neun. Kann ich da oben hin? Okay, da hat wie die Textur jetzt so komisch nachgeladen. Ähm. Oh. Und da ist zum allerersten Mal das Spiel gecrashed. Fatal Error. Unreal Engine Fehler. Okay. Ja gut. Dann würde ich sagen, ist an der Stelle ja auch erst mal die Folge vorbei. Wir sehen uns in der nächsten. Bin mal gespannt, was uns hier noch so erwarten wird. Tschüss.